Der Fall Gil Ofarim. Ganz, ganz aufmerksam jetzt den Chat bitte moderieren, ja, denn dieser junge Mann erweckt Hassgefühle von nie zuvor gewesenem Ausmaß in, glaube ich, jedem, der so ein bisschen eine normal getaktete Moralvorstellung hat. Gil Ofarim gestern Morgen vor dem Landgericht Leipzig. Es ist der sechste Prozesstag, der die spektakuläre Wende bringt. Ofarim gesteht, gelogen zu haben. Seinen Antisemitismusvorwurf gegen einen Hotelmitarbeiter hatte er sich offenbar ausgedacht. Ein Paukenschlag. Damit ist klar, Gil Ofarim hat alle belogen. Den Beitrag hier habe ich schon gesehen. Ich glaube, das ist ganz gut zur Einordnung für alle, die nicht wissen, was hier passiert ist. Die erklären gleich noch, wie hier der Tathergang war und mit was Gil Ofarim gelogen hat. Die Öffentlichkeit, die Medien und auch Stern TV, wo er in früheren Interviews seine Lügen mehrfach wiederholte. Ich war alleine. Ich hatte leider keinen, der mir da irgendwie helfen konnte. Keiner hat den Mund aufgemacht. Und möchtest du an dieser Darstellung aus deinem Instagram-Video irgendwas relativieren? Nein, auf keinen Fall. Ja, der war Sänger. Der war auch Teenie-Sänger und alles. Der macht schon länger Musik. Ich glaube, der hat auch einen ganz berühmten Vater. Einen Baden. Und der war, glaube ich, auch mal bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder so. Der war auch in der Bravo damals. Das war so ein kleines Teenie-Door eigentlich, ne? Warum? Am 5. Oktober 2021 hatte Gil Ofarim auf Instagram dieses Video veröffentlicht, das er am Vorabend aufgenommen hatte. Ich weiß, ich bin da sprachlos. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Der jüdische Sänger berichtet, beim Einchecken in dieses Leipziger Hotel antisemitisch beleidigt worden zu sein. In dem Video trägt er einen David-Stern. Ich stehe hier mit meiner Kette, steht mir zu, mache ich schon mein Leben lang und eine Person nach der anderen wird vorgezogen. Und ich verstehe nicht, warum. Irgendwie ohne Scheiß, 50 Minuten später komme ich dran und frage, Entschuldigung, was ist los? Ja, wir hatten das hier auch thematisiert und ich habe euch gleich gesagt, dass ich finde, die Sache stinkt zum Himmel. Was ist das für eine lächerliche Story, die da hier von sich gibt, ja? Das ist nicht in Ordnung. Warum werden alle vorgezogen? Dann sagt er, dieser Herr W., um die Schlange zu entzerren. Ich stehe auch in der Schlange. Und dann ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein. Und dann sagt der Herr W., packen Sie Ihren Stern ein. Und dann sagt er, wenn ich den jetzt einpacke, darf ich einchecken. Wirklich? Millionen Menschen schauen sich... Was ein Dürnenspross, ja? Es ist eine erfundene Geschichte. Gil O'Farim kommt rein in das Hotel Western Inn, glaube ich, ne? In Leipzig. Steht dort in der Schlange und denkt, ich bin Gil O'Farim, Alter, was ist denn hier los, Junge? Kennt ihr mich nicht hier? Der Superstar ist in der Haus. Wo ist der rote Teppich? Muss ich mich da anstellen? Hä? Jetzt anstellen. Hä? Das kann nicht wahr sein. Hallo, ich bin's. Gil O'Farim. Sagen Sie mal. Ich stelle mich hier sicherlich nicht an. Ich bin berühmt. Wissen Sie, was es bedeutet, berühmt zu sein? Das bedeutet, nicht so irrelevant zu sein wie Sie. Sie, Geringverdiener. Du Forze. Du Internetrambo. Und der Hotelmanager wahrscheinlich so, stellen Sie sich an wie ein ganz normaler Mensch hier. Tut mir leid. Ich kenne Sie nicht. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Lassen Sie mich in Ruhe. Wenn ich jetzt hier nicht direkt einchecken darf, sondern noch warten muss, bis diese zwei Leute, die in der Schlange stehen, vor mir eingecheckt haben, Dann mache ich aber Ihre scheiß Hitsche hier dem Internet komplett zur Sau. Und dann geht dieser Typ wutentbrannt raus vor das Hotel, macht sich so diesen Davidsstern, diese Davidssternkette, hängt er sich hier so prominent um den Hals, in die Kamera blickend. Und fängt an, hier seine Scharade durchzuführen, auf dem Rücken der jüdischen Gemeinde. Bist absoluter Abschaum, Junge. Bin hier gerade in Leipzig. Ist Ostner sowieso schon da mit Vorurteilen zu kämpfen. Und mir wurde gesagt, ich muss meinen Stern einpacken, sonst darf ich hier nicht einchecken. Und das hat er so auf Instagram gepostet. Das ist natürlich direkt viral gegangen, ne? Wie bei dieser Bushido-Thematik mit PA, ja? Der Mob stürzt sich direkt drauf. Natürlich, das ist ein ganz anderes Ausmaß, aber ist halt nur ein weiteres Beispiel. Der Mob stürzt sich direkt drauf, ohne irgendwelche Hintergrundinformationen zu haben. Das kann doch nicht wahr sein. Diese Antisemiten, typisch Leipzig, typisch Osten, ja. Einfach, weil der seinen Willen nicht bekommen hat, oder was? Was gibt es für kaputte Menschen, Digga? Oder mit welchem, mit, mit, mit welchem Gewissen schläfst du nachts? Mit welchem Gewissen kriegst du nachts ein Auge zu, Digga? Ah, Bro, oder ja. Man, man, man denkt manchmal wirklich, Digga, also genug Internet für heute, ey. Boah, Bruder. ...sicht das Video an. Empörung macht sich breit. Vor dem Hotel demonstrieren Menschen gegen... Guckt euch das mal an, was der diesem Hotel angetan hat. Es gab Proteste vor diesem Hotel mit hunderten Menschen, die sich solidarisiert haben. Weil natürlich die Empathie da ist. Keiner hört das gerne, wenn jemand irgendwie antisemitisch beleidigt wurde oder irgendwie diskriminiert wurde. Natürlich ist das etwas herzzerreißendes. Aber, sie ist halt nachweislich mittlerweile gelogen. Dieser Typ, dieser kranke Psychopath hat sich das einfach ausgedacht. Und basierend auf solchen Sachen, die da einfach ins Internet wichst, kommen hier Leute und protestieren da. Und sorgen für einen erheblichen Image-Schaden, einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden. Der Hotelbetreiber, der Manager, die haben alle Morddrohungen bekommen, noch und nöcher. Digger, das sind Sachen, die vergessen diese Leute ein Leben lang nicht. Die traumatisieren diese Leute nachhaltig. Und für was? Weil der Gil Ofari mit Star-Allüren nicht seinen Willen durchsetzen konnte. Also ich finde wirklich, dass dieser Typ, und ich hoffe, das macht sowohl das Western-In als auch der Hotel-Manager, der da so an den Prangler gestellt wurde von Gil Ofari. Dass die, dass die sämtliche Gelder, die irgendwie zur Verfügung stehen, benutzen, um diesen Typen in Grund und Boden zu klagen, Alter. Man kann echt nur hoffen, dass dieser Typ irgendwie nie wieder irgendwo auftreten darf. Weil wie kann man denn so mit dem Leid und mit dem Schmerz und mit der, natürlich mit der Diskriminierung, die immer noch viel zu viel weltweit stattfindet, der jüdischen Gemeinde spielen hier, ja. Und das so ausnutzen, dass das halt so ein sensibles Thema ist, um sein eigenes Ego, was gekränkt ist, ein bisschen zu streicheln. Antisemitismus. Nur einen Tag nach seinem brisanten Video ist Gil Ofarim live zu Gast bei Stern TV und erklärt... Wahnsinn, ja, wie der sich suhlt in dieser Lüge. Da kriegt er hier eine Einladung von Stern TV und Halaschka sitzt ihm entgegen und natürlich auch ein Steffen Halaschka, denkt wahrscheinlich auch erstmal, der Arme, das tut mir sehr leid, was dem passiert ist. Er hat, er habe mit der Veröffentlichung gehadert. Ich hab die ganze Nacht wachgelegen und wusste nicht, ob ich das jetzt tun soll oder nicht. Oder da fehlen einem die Worte, ja. Also es ist nicht so, dass er das direkt da vor dem Hotel aufgenommen hat und beim Filmen dann einfach nur noch auf Send und dann war es online. Sondern das war dann sogar noch kalkuliert. Er hat die ganze Nacht gehadert. Er hat sich überlegt, nee, das kann ich, das kann ich denen nicht durchgehen lassen, dass die den Superstar Gil Ofarim behandeln wie einen ganz normalen Menschen. Diese Hurensöhne, ich werde sie ficken, ja. Ich werde denen ihr Ende bringen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt poste ich dieses Video, ja. Wird das einen Unterschied machen, oder nicht? Ganz ehrlich, verzeihen Sie mir mein Deutsch. Ab heute mag ich dich wirklich, äh? Frank the Tanguy, äh? Äh, hab ich schon mal etwas gemacht, was dir nicht gepasst hat, oder was ist los hier? Was für, ab heute mag ich dich wirklich? Geil. Was ist das schon mal für eine rechte Hetze von dir im Chat hier? Es kotzt mich an, es ist nicht mein Job, das zu machen. Ich bin weder Antisemitismusbeauftragter, ich bin einfach nur ein Künstler, ein Musiker, ein Mensch, der einfach nur in einem Hotel einchecken wollte. Unangenehm sein Vater, das zu sehen hier, ne? Hat sich nie dafür gerade gemacht, vor ihren über 6 Millionen Followern so eine Scheiße von sich zu geben. Der König, danke für den Sub-Gift. Die Vorwürfe gegen den Hotelmitarbeiter Markus W. bekräftigt Gil Oferim auch bei uns. Eine Lüge, wie seit gestern klar ist. Wie hast du in dem Moment dann auf den Affront reagiert? Packen Sie Ihren Stern ein. Es ging alles sehr schnell. Es ist Wahnsinn, wie Leute so dreist lügen können, ja? Und dann halt auch sich in dieser Lüge suhlen. Sich darin wohlfühlen. Sich daran langsam einnüsten. Ging alles sehr schnell. Ja, so schnell, dass es gar nicht passiert ist, ne? Von der Seite kam der Spruch, ich drehte mich noch um, konnte die Person nicht ausfindig machen. Und dann sagte mir der Angestellte vom Hotel den gleichen Satz wieder. Ich habe dann das Hotel verlassen, ich musste da einfach... Da fehlen einem wirklich die Worte, ja? Mach raus. Heute lesen wir der betreffende Hotelmitarbeiter... Der ist verrückt, der ist verrückt, der Mann. Der braucht wirklich, der braucht psychische Hilfe. Der ist wirklich verrückt. Der hat nicht alle Latten im Zaun. Der hat wirklich nicht alle Latten im Zaun. Das macht mich so wütend, alter. Boah. Der Mitarbeiter hat jetzt seinerseits dich, Gil, angezeigt wegen Verleumdung. Was heißt ja nichts anderes als Oferim lügt. Ja. Und wie wir alle wissen, ist das absoluter Realtalk von demjenigen gewesen, ja? Über die Geschehnisse, was löst das in dir aus? Ich bin... Was soll ich dazu sagen? Natürlich... Ja, was soll ich dazu sagen? Innerlich weißt du... Fuck. Der hat recht. Er muss es ja machen. Also... Er muss nicht. Er muss nicht, aber... Ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass... Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, meine Freunde. Das ist doch wirklich... Also das ist... An Dreistigkeit ist es nicht zu überbieten hier, ne? Er muss eher den Mut haben zu sagen, ich stehe zu meiner Aussage, ich habe das gesagt, das passiert nicht. Tatsächlich wachsen in den Tagen danach die Zweifler. Ja, und das ist nämlich das Geile, ja? Für alle, die in dem Fall hier nicht komplett drin sind. Und das Gute war, schon wenige Tage später gab es dann tatsächlich auch releaste Kameraaufnahmen der Innenräume der Rezeption des Hotels. Auf denen man doch dann schon relativ klar auch den Gil Ofari mal kennen konnte, der dann, sagen wir mal, im Bereich des Halses eine schillernde Kette doch vermissen lassen hat. Das heißt, der hatte halt die Kette, entweder hatte er sie nicht angehabt oder sie war unterm Shirt. Und erst, als er rausgegangen ist, vor das Hotel, um sein Drecksvideo aufzunehmen, hat er die Kette entweder aus dem Shirt rausgenommen oder angelegt. Da sieht man es schon hier, ja? Guckt mal, diese schillernde Kette, Junge. Das blendet einen hier richtig, ne? Wie der White Mode meines YouTubes. Daran ist nicht zu erkennen, dass er seine Kette mit dem Davidstern trägt. Das Video macht bundesweit Schlagzeilen. Ofarim aber bleibt bei seiner Version. Das ist Wahnsinn, ja? Ich habe die White gesagt, über das Hotel, im Hotel, vor dem Hotel, in dem Video. Der ist wirklich nicht zurechnungsfähig. Also vor solchen Menschen muss man einfach Angst haben. Man muss einfach wirklich hoffen, dass man nie solche Menschen in sein Privatleben reinlässt und irgendwie mit denen zu tun hat. Man muss einfach hoffen, dass seine gesunde Menschenkenntnis einen immer von solchen Menschen fernhält. In der Vernehmung. Ja, ja, und seitdem trägt er die Kette auch immer so offen, ne? So im Sinne von, na, die trage ich ja sowieso immer. Also natürlich, wisst ihr natürlich alle, dass ich sie auch an der Hotelrezeption anhatte, weil die ist sozusagen, wie angewurzelt ist die, meine Freunde. Die Lobby betritt, warten mehrere Gäste an der Rezeption. Ja, und das ist das Problem hier, guck mal, ja? Der Gil-Opharim muss sich hier anstellen, wie dieser Pöbel, wie dieses Pack, wie das niedere Volk. Das ist ja wirklich so eine absolute Dreistigkeit hier von diesem Hotel, ja? Sag mal, Markus, hör mal zu hier, ja? Du Geringverdiener. Ich bin's, Gil-Opharim, der Superstar. Kannst du mir jetzt hier nicht meinen Schlüssel geben? Ich will mich da hinten mit diesem, mit diesem Pack nicht zusammen anstellen, ja? Ich fang mir da noch was ein. So, äh, Gewöhnlichkeit oder Normalität oder Durchschnittlichkeit könnte ich mir da von denen noch irgendwie einfangen, ja? Mach mal klar hier deinen, äh, diesen Schlüssel und so. Let's go. Dann verlässt er das Hotel und nimmt das Video mit den schweren Vorwürfen auf. Erst darin zu sehen, die Kette... Oh, 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 das, das, das kenne ich noch nicht. Das sah gerade so aus, als ob er die rausgeholt hat, ne? Er greift sich, glaube ich, hier so, so in den Ausschnitt und holt die so raus. ... zu sehen, die Kette mit dem David-Stern. Antisemitismus in Deutschland 2021. Gestern in Leipzig. Warum? Haben wir denn nichts aus der Vergangenheit gelernt? Bin sprachlos. Es ist nicht das erste Mal, aber irgendwann reicht es. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken bei den Kollegen. Gregor Meile, Janett Biedermann und Jörg Weiselberg sind wahrscheinlich dann auch Leute, die das geteilt haben, ne? Dreieinhalb Millionen Aufrufe. So stand der Bildschirmaufnahme hier. Aber Gott weiß, wie viele es mittlerweile sind und wie oft das geteilt wurde und wie oft das dann publiziert wurde auf anderen Plattformen. Bei Stern TV bitten wir Ofarim erneut, Stellung zu nehmen. Wieso hat er das gemacht, das Video? Das weiß nur er. Oder ich glaube, er weiß es nicht mal selber. Gekränktes Ego. Aufmerksamkeitssucht. Der ist ja irrelevant, sein Vater, Gervarim. Er hatte mal so, was weiß ich, ein paar Hits, wo der so 18, 19 war. Seitdem tingelt er, glaube ich, von Einkaufsmarkt, Supermarkteröffnung zu Supermarkteröffnung. So im Mäbelhaus tritt er da so mittags auf oder sowas. Insta-Profil mittlerweile auch nicht mehr offenbar. Ja, er hat es wahrscheinlich deaktiviert. Der Jesus, der Musikerszene. Oh nein, jetzt habe ich, ich habe den Namen ausgesprochen. Nein, 60 Minuten Video Incoming. Sorry. Weiter natürlich J.Jiggy. Ne? Ne? Warum soll jemand sagen, pack den Stern ein, in einem Moment, in dem der Stern ja eingepackt war, ganz offensichtlich unterm T-Shirt war. So geil, ja. Steffen Halaschka, der ist ein geiler Typ, Mann. Das ist ein geiler Typ. Ich mag den seiner Interviewführung. Ich finde, Steffen Halaschka ist ein, äh, ist ein guter Nachfolger für Günther ja auch, Digga. Ja, da hast du einen guten gefunden, finde ich. Ranked Tank, da haben wir auch einen guten gefunden. Hier, 10 Subgifts drin gescheppert in die Meute. Alter, Mann, 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 Alter, ja. Wuh. Dann machen wir den Becher nach Allerheu dir, würde ich sagen, ne? Und machen dich kalt wie Alaska. Yeah. Geil. Lass uns anstoßen hier. Dankeschön nochmal für 10 Subgifts. Lass die Red Cubs kreisen hier. Let's go. Boom. Geil. Glaubt ihr, Gil-Ofarim muss für seine Einkäufe bezahlen? Oder kriegt er die kostenlos, weil er Gil-Ofarim ist? Ich hoffe, doch zweiteres verdient wäre es, ja. Das kann er nicht angehen. Geil. Ja, natürlich ist er ja auch nicht zu ersetzen. Aber Halaschka ist ein guter Nachfolger. Unter der Jacke jedenfalls nicht sichtbar war. Das ist für viele Leute eine Diskrepanz. Kann ich absolut verstehen. Aber ich kann es nicht anders sagen. Ich hatte meinen Stern an. Möchtest du an dieser Darstellung aus deinem Instagram-Video irgendwas relativieren, ergänzen, zurücknehmen, in ein anderes Licht rücken? Er hat ihm so viele Chancen gegeben, ja. Hier vielleicht zu sagen, ey, sorry, Leute. Wisst ihr was? Ich habe Scheiße gebaut. Nein. Auf keinen Fall. Warum? Also, wieso sollte ich jetzt was anderes sagen, als so, wie ich es zuvor gesagt habe, in den letzten zwei Wochen auch? Inzwischen ist klar, Uferim ist an diesem Tag nicht antisemitisch beleidigt worden. Er soll sich beschwert haben, weil andere Gäste ihm vorgezogen wurden. Also, er hat sich beschwert, weil andere Gäste ihm vorgezogen wurden, die in der Schlange vor ihm standen. Das ist das Problem anscheinend, ne? Hallo? Warum kommt der da vorne, äh, vor mir dran? Ich bin's. Ihr habt mich, glaube ich, nicht gesehen. Gil O'Farim. Gil O'Farim. Lasst alles stehen und liegen. Der Gil O'Farim ist in der Haus, meine Freunde. Das mache ich auch so, wenn ich das nächste Mal nach Deutschland komme, ja? Erwarte aber hier nur feinstes Treatment hier. Auf Superstar-Level. Bei Hotelmitarbeiter Markus W. drohte er, das Hotel öffentlich schlecht zu machen. Also, er hat sogar, bevor er dieses Gespräch hier abgebrochen hat, um rauszugehen, dem Markus W. gesagt, hör mal zu, Markus. Du Hurensohn. Du Fotze, du Internet-Rambo. Du machst jetzt, was ich sage, sonst gehe ich ins Internet und, äh, sorge dafür, mit meiner Reichweite, dass ihr im Internet scheiße dasteht. Dann nahm er das Video mit den schlimmen Vorwürfen auf. Der Hotelmitarbeiter aber zeigt den Prominenten wegen Falschbehauptung und Verleumdung an. Stark, stark, wirklich sehr, sehr stark. Man kann, man kann sich nicht ausrechnen, das ist, das ist nicht messbar. Danke, Gates. Was der für, für, für psychische Schäden davon getragen hat, ja, von Gil Opharim hier komplett random, ist so ekehaft, äh, diffamiert und verleumdet zu werden, ja. Das vermeintliche Opfer wird zum Angeklagten. Vor drei Wochen beginnt der Prozess gegen Gil Opharim. Zunächst rückt er von seiner Version nicht ab. Gestern dann das überraschende Geständnis. Nur wenige Sätze, die alles verändern. Nur wenige Sätze, die alles verändern. Geil. Geil. Das verändert auch viel, ne? Die Aussies lassen sich nicht ficken, ja? Ja. Vor allem nicht mit sowas. Wenn wir Scheiße bauen, dann ownen wir den Mistake, ja? Aber das, Bruder, ja, bespuckenswertes Verhalten. Es ist einfach so. Geil. Man findet hier keine softeren Worte. Es ist einfach, es ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Geil. Blitzknall, danke für dein Tier 1. Alter, Frank, Junge. Geil. Macht mal nochmal Welle für Frank, the motherfucking Tank hier. Geil. Zehn Subgifts, Rin gescheppert nochmal in die Meute. Ein blonder Don mit Machtanspruch. Geil. Der Drill Sergeant ist am Start. Ich hoffe, ihr salutiert gerade alle. Stehend vor eurem Fernseher, Laptop, Tablet, Handy, Endgerät, whatever. Cheers auf dich, Bruderz. Dankeschön. Die Vorwürfe treffen zu. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid, ich habe das Video gelöscht. Also er gibt hier zu, am 28.11.2023, zwei Jahre, nachdem er die Öffentlichkeit im Glauben gelassen hat, dass dieser Herr W. und das ganze Hotel da, ihn antisemitisch hier diskriminiert haben. Die Vorwürfe treffen zu. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid, ich habe das Video gelöscht. Er hat das Video gelöscht. Na dann ist ja alles gut. Na, Chad? Ja, okay. Bin ich gut. Dann finde ich auch, sollte man jetzt auch mal dem Geofarim vergeben. Hier ist doch alles halb so wild, Junge. Opharim muss dem Hotelmitarbeiter ein Schmerzensgeld und zusätzlich 10.000 Euro an zwei Einrichtungen zahlen. Das Verfahren wird dann endgültig eingestellt. Krass, ne? So kommt der davon, der Geofarim. Aber ich glaube, die Öffentlichkeit ist da ein bisschen anders, ja. Ich meine, wir haben es hier bei, auch in der Rap-Szene dieses Jahr gesehen, bei diversen Fällen, die vielleicht nicht justiziabel genug sind für die deutsche Justiz, dass definitiv auch die öffentliche Wahrnehmung da teilweise anderer Meinung ist und diverse Sachen auf jeden Fall auch hart verurteilt und verteufelt. Und ich glaube, bei Geofarim wird das ähnlich sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt in naher Zukunft großartige, umjubelte Auftritte haben wird. Er spielt einfach perfide mit dem Leben anderer Menschen. Ihm war das völlig egal, was mit diesem HB passiert. Er hat ihm vorher noch gedroht, dass er das machen wird. Er hat das ganze Hotel diffamiert, verleubnet und hat in der Öffentlichkeit versucht, auf dem Rücken der jüdischen Gemeinde Aufmerksamkeit zu ergeiern und Mitleid zu erwecken. Für nichts. Was für ein arroganter, ekelhafter Typ. Man musste schon damit rechnen, dass im Falle eines Schuldspruchs hier möglicherweise eine Bewährungsstrafe im Raum steht und Rechtsanwalt von Geofarim. Es gibt aber auch bessere bessere Tätigkeiten, die ich mir vorstellen kann. Das würde ich ja ums Verreck nicht machen. Vor allem dann auch noch hier mit meinem Gesicht im Interview noch zu stehen hier bei RTL. Wahrscheinlich auch ein sehr populärer Typ bei der junge Mann. Und das nicht zu knapp. Und um das zu vermeiden, war das sicherlich jetzt meines Erachtens ist die bessere Lösung. Um halt Bewährungsstrafe zu entgehen. Für ein weiteres Interview mit Stern TV war der Sänger seit seinem Geständnis nicht zu erreichen. Das war schon ein bisschen gehässig hier, oder? Finde ich auch gut, Digga. Und oh Wunder, Geofarim wollte nicht noch mal ein Interview machen hier, nachdem er gesagt hat, dass er gelogen hat. Bin mal gespannt, ob da irgendwann noch mal ein Interview kommt hier. Wenn es Geld knapp wird, bestimmt, ne? Exklusiv-Interview bei RTL aktuell. Ne, wie heißt das hier? Oh, ja, hier Boulevardpresse und alles drum und dran, ne? Der lässt sich doch da wahrscheinlich noch mal für den Maisbietenden da noch mal Rede und Antwort stehen. Überleg gerade, wie kann er sich hier rauswinden und nochmals Opfer darstellen? Vielleicht könnte er sagen, irgendwie, keine Ahnung, er war auf harten Medikamenten oder sowas. Und er war dann schon drin, zu tief, er konnte seiner Lügen nicht mehr, äh, ja, seinen Lügen nicht mehr entkommen. Ne? Ja. Der Arme. Der Arme, wirklich, ne? Sein Anwalt teilt uns schriftlich mit, Zitat, Ich glaube offengestanden auch nicht, dass Herr Ofarim in nächster Zeit Interviews geben wird. Besser so, ja. Besser so, Digga. Ne, geile Zusammenfassung noch mal von Stern TV, die natürlich auch, sagen wir mal, hart verarscht wurden hier von dem Gil, dem Ofarim. Denn, äh, er war ja anscheinend hier mehrmals zu Gast und hat immer wieder beteuert, dass, dass, äh, das ganze Thema halt auch wirklich so gewesen ist, wie er es geschildert hat, ne? Ah. Wie gesagt, ich finde, solche Leute dürfen nicht leichtfertig davon kommen, egal, ob das jetzt so, äh, so eine Nikairani ist oder, äh, ein Gil Ofarim oder auch die Leute, die dann solche Sachen auch gepusht haben, ohne irgendwie auf mal nachhaltige Beweise zu warten, wie eine Janett Biedermann anscheinend, die hier das Ganze auch prominent geteilt hat. Kann Janett Biedermann sich mal gerade machen und, äh, add the Western in oder so? Äh, Ich habe auch diese ganze, äh, Schose von Gil Ofarim weiter verbreitet, bin drauf reingefallen, wollte mich entschuldigen. Ich hoffe, bei euch ist soweit wieder der normale Alltag eingekehrt und ich hoffe, ihr könnt das Ganze schnellstmöglich vergessen, diese unschöne Sache. Liebe Grüße, Janett. Vielen Dank.